Das war am Boden Bist du es schon da? Nee Ich glaub das war hier weiter hinten, gell? Oh Ich schau einfach mal da entlang Gah, das muss ich da durchgehen, ohne irgendeinen Schutz Die Zombies hinter mir eskalieren total Ah, da war's, oder? Ich hab's Okay Also, Merkel Irgends reingehen Ja Oder einer bleibt immer draußen stehen Ja Also erstmal den linken Raum missachten Rechts Oder den rechts Der ist eh schon gefüllt Dann schauen wir mal da rein, oder? Okay, bist du rein, oder? Ja, geh du rein Das gleiche Ja Mach einfach die Tür auf, Junge Nö Wär doch viel einfacher Du gehst, äh Ich geh rein Ah, okay, das gleiche Geh raus, Junge Ja Und ich geh also um Da geht's wahrscheinlich weiter Nein Doch Ja, doch Okay Okay Lass mich nochmal Wo willst du, äh So, machen wir aufwechselnd, du Achso, ich muss jetzt Ja Eigentlich Okay, du Uuund, Labe Ohaha Du musst einfach den richtigen finden Ja Das ist eigentlich voll Ich tippe, dass es jetzt der untere ist Glaub ich auch Du musst Warte, ich drück für dich Nö Ne Dann ist es der linke Weil das ist wieder der obere, das konnte ich mir nicht vorstellen Ja Nein, das ist wieder der obere Ah, vielleicht muss man einfach alle Ich lass mich raus, Junge Ich lass mich raus Vielleicht muss man einfach alle vier aktivieren, damit es funktioniert Lol, da ist ein Spenden drin Außer Oder doch nicht Leute, wie meinst du das bitte? Können wir gleich oben schauen? Ich schau gleich mal oben Nein, fuck you Ah, ich hab ne Idee Junge 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 Vielleicht soll uns das nur ihre führen, dass wir vielleicht, ähm Wir müssen neu mal den richtigen Weg finden Ja Äh, du bist dran Äh, du bist dran Und ich sterb gleich Ich hab mit einem Herz überlebt Das ist doch gut Warte Ja, aber Ah, 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 ah Junge Dann gibt's jetzt mal unten, weiß man Jo Jo Ich tipp auf nochmal unten Ich tipp auf nochmal unten Ja Boah Jetzt links Äh, ich hab rechts gesorgt Ok, mach du rechts Jetzt ist rechts Jetzt ist rechts Jetzt ist rechts Jetzt ist rechts Ich geh rein Ich geh rein Da drück mal drauf Ja Tatsächlich Gott, wie lange ist denn das bitte? Ja 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 Cool Da Da Links Nö Oder nochmal rechts Ja 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 Und jetzt? Ach Gott Ich geh rein Rechts Oder links? Rechts Oder links? Ja Würde ich nicht machen Das sind nämlich wieder dieselben Räume Echt? Ok, das war nämlich der Falsche Dann geh ich mal links Ich geh rein Ja Ich geh rein Ich geh rein Jetzt würd ich sagen nochmal links Soll ich oder bist du? Mach du Ja Verdammt Gott, wie einfältig Einfach noch Ah, einfach links, rechts noch Das ist ja voll das Schlepp Singleplayer wäre das ja klicke Oh mein Gott, ich glaub wir haben's geschafft Nee, jetzt kommt das Ganze noch 10 Mal, oder? Nicht mal, alter Alter, okay Okay, das da vorne sieht geil aus Ja gut, aber wenn wir ein eigenes Päckchen packen Nein, ein Tracking-Table Wenn man ein eigenes Texture Pack zur Verfügung hat Dann finde ich ist es nicht mehr schwer irgendwas Schön aussehen zu lassen Ja Da ist ein Chest drin Wo ist ein Chest drin? Da ist ein Chest drin Achso Ähm, ja Ich geh mal die Treppen hier hoch Von oben rein Warte, ich probier mal von oben rein zu springen vielleicht Ja Ah, hier ist ein Chest Mit einer Map Da steht was drauf Junge Map ist doch unsere Wir suchen nach Maps die ganze Zeit Text of Tears, Part 4 Part 4? Lol, wir haben erst Part 1 Oh, und hier ist eine Menge Chest drin, wo wir nicht reinkommen Er hat doch gesagt, das müssen wir nicht machen, das hier Und wieso ist dann Text of Tears drin? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist Text of Tears auch in dem Bonus Teil Lol, hier ist ein Haufen Sperma und daneben ist ein Portal Hier ist ein Portal, da kann man rein Recht? Mhm Kannst du dich da porten, oder? Ich weiß es nicht, versuch's mal Ja, schon, aber wohin, fragt sich Soll ich mit reinkommen? Ich komm auch mal Nein, 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 tschüss, tschüss Und? Lol, ich bin Im Nether, welch Wunder Bringt uns das hier was Warte, da hinten was los Vielleicht hat er hier ein paar Chests versteckt Äh, da sind wir wo, lag Ja Sicher, dass hier was versteckt hat, weil hier kommt man nicht mehr hoch, glaub ich Alter, wie ich es gar nicht lernt, es geht Ich merk's auch, Raman Ne, ich glaub, er hat er nichts versteckt, oder? Genau deswegen Schau ich trotzdem weiter Ich geh wieder zurück Okay Schau mich da noch ein bisschen Oh mein Gott Lol, der Gast ist in der Labersäule, gibt er, gibt er, gibt er Nein, nicht, wenn es die Uhr zurück TP'st du mich? Der Gast ist grad ziemlich wütend Gibt er Das schon gesehen? Hm Das sieht echt eklig aus God Da hat er eine zu viel Zeit und zu viel langweilig Ich lauf mal hier außen rum, einfach weil ich es kann So, was steht da, was steht da? Da ist ein Creeper Wo steht was? Da steht irgendwas Nein, das ist ein Affen Gesicht Oder was ist das? Nein, das sind zwei Gesichter Und daneben sind zwei Pfeile Ja, direkt vor dir ist es, ist es grad Also ich habe ein Bow gefunden mit Infinity und Flame 2 Gold Nugget und blaze rod Ich kann mal hoch zu dir Ich kann mal hoch zu dir Glaubst du, das war's schon? Leute Hier Hattest du irgendwas? Nein Hast du ein Arrow? Oder? Nein, ich habe kein einziges Ding Ja, ich glaube ich weiß nicht mehr, warte mal Ich probiere mal in deine Mitte zur chest rein zu gehen Hau, Alter Was ist da drin? Schau Komm runter und schau Du kommst sowieso wieder raus Gib dir Oh mein Gott Da kommen wir nicht mehr raus, oder wie? Doch, klar kommen wir noch raus Okay Das heißt, ich nehme... Ich würde sagen, wir teilen es auf, oder? Ja, ich nehme Iron Golden nehme ich auch mal mit Golden nehme ich auch mal mit J-Mail ist ja genauso stark wie Iron, oder? Oder sogar noch stärker Ich glaub nicht Wie viele Schilder hast du? Schilder? Das ist noch gar nix Warte Mit J-Mail? Äh... 6 Und ich, äh... 7,5 Warte Glaubst du, das war's schon? Oder kann man noch mehr finden? Äh, das sind auf jeden Fall noch Chests, oder? Aber wie kommt man da rein? Aber wie... Wie man da reinkommen sollte? Ich sag mal das Gitter kaputt Oh, ha, 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 ha Junge Cheetah Ja Helft gleich mit Kriegst du eh nicht kaputt, oder? Ich weiß nicht Du kannst... Du kannst Iron-Bars mit der Hand nicht zerstören Klar kann man das Kann alles mit der Hand zerstören Das ist auf Bedrock Äh, den kann man gar nicht zerstören Nein, Iron-Bars kann man mit der Hand nicht zerstören, man Doch Doch, doch, tatsächlich Das dauert aber ein bisschen lang Ich weiß nicht Ja, es geht, ich hab's grad gesehen, aber Es dauert Oh, ja Ich seh's gerade Okay, eine Iron-Bar ist schon kaputt Junge, hör auf Ich würde da rein Also ich würde sagen, wir springen jetzt da rein, oder? In diese Suppe, in diesen Schwirbel Ich will vielleicht mal den Wasserfall noch hochschwimmen Ja, das auch Auf jeden Fall, steht da Wo steht was? Ah Guckst du Da sind Pfeile Der eine, die einen beiden zeigen nach oben Dann zeigen zwei nach unten Dann zeigen Einer nach links, einer nach rechts Wieder links, rechts Und dann BA Vielleicht das ist die... Ah, das ist... Ah, das ist die Antwort Für das Maze Wir sind doch zweimal nach oben, dann zweimal nach unten gegangen Achso... Warum steht das jetzt hier? Das frage ich mich jetzt schon Wetten, wenn wir jetzt da runter springen, müssen wir das Maze nochmal richtig gehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal